Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von CityScanlines2, unserer amerikanischen Stadt. Wir werden uns heute um die U-Bahn kümmern. Ich möchte nämlich heute damit beginnen, wir haben jetzt fast 70.000 Einwohner, ich denke mal der Zeitpunkt ist ganz okay, wir haben sehr sehr viel Verkehr auf den Straßen. Und ich würde jetzt gerne eben mit der U-Bahnplanung beginnen, gucken wie wir die verlaufen lassen, wo wir Haltestellen hin machen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich sie oberirdisch machen möchte oder unterirdisch, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wir werden uns das Ganze mal gemeinsam anschauen. Und ich würde sagen, liebe Leute, wir legen auch direkt los. So, wir müssen natürlich schauen, dass ich das Ganze so ein wenig mit den Bahnhöfen kreuze. Wir haben momentan erst zwei an der Zahl, was jetzt nicht ganz so wichtig ist, dass da jede Menge Leute hinkommen an beide Bahnhöfe, aber an einen von beiden. Und ich würde sagen, an den Hauptbahnhof, den aktuellen Hauptbahnhof, würde ich schon schauen, dass wir da auf jeden Fall eine Haltestelle haben. Da haben wir ja die Fußgängerzone, da ist ja so ein bisschen Mini-Downdown und sonst können wir hier drüben in den Gebieten natürlich auch nochmal ein bisschen was machen. Was ich nicht machen würde, ist glaube ich, dass ich hier vorne noch eine U-Bahn-Station mache oder hier hinten. Würde aber dafür schauen, dass wir vielleicht in diese große Industrie hier einfach nochmal so einen Arm machen. Die Sache ist, so eine U-Bahn, so einen U-Bahn-Ring, habe ich überlegt, wie ich das machen möchte, aber ich bin einfach nicht so weit von der Planung. Vielleicht entwickelt sich das irgendwann mal zu einem Ring, aber ich glaube, da können wir so weit noch nicht gehen. Das heißt, ich würde gerne, glaube ich, hier eine Haltestelle haben. Hier würde ich gerne eine Haltestelle haben. Und dann müssen wir schauen, halt, wie wir das hier machen. Dann würde ich hier irgendwo gerne eine Haltestelle haben. Hier mittendrin wahrscheinlich. Eigentlich am Bahnhof und dann nochmal eine hier. Das weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist. Das ist vielleicht ein bisschen dicht beieinander. Wir gucken mal. Dann möchte ich hier eine Haltestelle haben. Irgendwo. Und dann würde ich gerne in die Industrie runter eine Haltestelle haben. Das wäre eine Idee, wie ich eine U-Bahn gerne verlaufen lassen würde. Ich plane das ja immer ein bisschen durch, damit da nicht irgendwie sonst was entsteht. Und ich würde sagen, wir fangen von hier oben aus auch an. Wir haben hier ein kleines Problemchen. Und zwar gehe ich von aus, genau, da haben wir so einen kleinen Zipfel, der natürlich hier wieder ein bisschen störend ist. Wir gucken mal, ob wir das einfach hier repariert bekommen. Kriegen wir nicht. Wir hätten alles Mögliche abreißen müssen dafür. Das ist großartig. Weil wir dann die halbe Autobahn einfach wegmachen müssen. So. Gucken wir mal, dass wir das kurz reparieren. Weil sonst dauert es ja ewig, bis die Leute da rausfahren. Wenn die Not da so ist. So. Es wäre auf jeden Fall sehr lieb von euch, wenn ihr auf jeden Fall eine Bewertung da lassen würdet für dieses Video. Und abonniert gerne auch den Kanal, wenn ihr hier nichts mehr verpassen möchtet. Ist kostenlos. Und so habt ihr die Möglichkeit, hier fleißig mit dabei zu bleiben. So, wir machen hier eine kleine Auswahl. Wir machen das so. Und dann können wir schon wieder laufen lassen. Machen hier dann den Lärmschutz wieder hin. Gut. Das geht ja ziemlich easy. Schauen wir mal, ob das besser geht. Geradeaus möchte ja eh keiner. Aber, ja, wie gesagt, das bringt nichts so kurz davor, wenn die sich dann treffen. Das muss irgendwie ein bisschen einheitlicher werden. So, wir gehen jetzt mal in die U-Bahn-Planung weiter. Wir haben die U-Bahn schon freigeschaltet. Nicht? Wusste ich doch. Aber ich hoffe, wir hatten genug Punkte. Aber das sollte reichen. Wir werden hier die U-Bahn freischalten. Und werden versuchen, von hier aus dann hier durchzugehen. Ich schaue ja immer, dass es vom Winkel her, von den Haltestellen, dann auch so ein bisschen passt. Dass wir da nicht irgendwie uns durchschlängeln müssen, sondern dass es halt eine schöne U-Bahn wird. Und aus dieser könnte dann irgendwann vielleicht ein Ring werden noch. Müssen wir mal schauen. Ich würde hier eine machen und ich würde es unterirdisch machen. Das Problem ist, wenn ich jetzt anfange, hier oberirdisch die Sachen zu bauen, das kannst du komplett vergessen. Das kannst du komplett vergessen. Das können wir nicht machen. Ich würde sie gerne erhöht bauen. Das hätte ich gerne gemacht. Aber das funktioniert genauso wenig. Das ist ja richtig toll. Müssen wir wieder alles einstellen. So. Gut. Dann würde ich gerne, glaube ich, hier mit einer... Boah, wie viele Leute hier reinfahren. Würde ich hier mit einer Haltestelle unterirdisch anfangen. Ach, wir brauchen erstmal das Depot. Okay. So viel beginnt ja die Planung. Stimmt. Also. Wir brauchen ein U-Bahn-Depot. Was ja auch ein bisschen kleiner ist als das Zugdepot, aber trotzdem einiges an Fläche mit reinnimmt. Wir machen das wie folgt. Wir haben ja hier, haben wir das Zugdepot gebaut. Jetzt überlege ich, ob ich hier hinten, an dieser Stelle, das U-Bahn-Depot baue. Wir bräuchten nur eine Straßenanbindung. Der Rest ist relativ egal, weil wir ja unterirdisch gehen. Wenn es erhöht wäre, wenn ich wirklich eine erhöhte U-Bahn bauen könnte, wäre das großartig. Aber die Bahnhöfe sind alle ebenerdig. Das macht halt absolut keinen Sinn. Da irgendwie jetzt anzufangen. Und das irgendwo ebenerdig zu bauen. Mal gucken, wenn die erhöhten Bahnhöfe dann irgendwann dazukommen. Ich hoffe, dann kann man das dann auch irgendwo ein bisschen anders dann verlegen. Ich habe früher immer oberirdisch auf jeden Fall die U-Bahn gebaut. Da hatten wir immer so eine Hochbahn halt, habe ich dann daraus gemacht. Ja. Also wir gehen hier hin. Machen das so wie folgt. Und wir machen... Gehen hier nach drinnen. So. Dann müssen wir hier natürlich aber auch schauen. Mal das hier auf jeden Fall schon mal wegmachen. Die ganzen Zebrastreifen hier, die brauchst du halt auch nicht. So. Das ist eine U-Bahn. Hier Terminal, wollte ich schon sagen. Depot, so rum. Genau. Wir parken das hier hin. Genau, das ist der gute, das gute Stück. So. Und da gehen wir dann halt unterirdisch hier in diese Richtung und verbinden den Bereich einfach. Ja, das ist doch eine gute Sache. Alles klar. Dann fangen wir an mit der U-Bahn. Ach so. Ja. Hm. Stimmt. Jetzt überlege ich gerade. Auf welcher Seite mache ich das besser? Oder fangen wir hier mittig an und gucken mal, wie es winkeltechnisch... hier rauskommen muss und entscheiden dann. Das wäre auch eine Idee. Ich glaube hier, das ist die schwierigste U-Bahn-Haltestelle, die man hier zum Beispiel hinmachen könnte. An dieser Stelle wäre man so ein bisschen mittendrin, nicht direkt am Bahnhof. Wir könnten natürlich auch am Bahnhof die U-Bahn-Schnittstelle mit reinnehmen. Dann müssen wir allerdings von einem der beiden Seiten hier entlang gehen. Und soweit ich weiß, also wenn das noch so aktuell ist, aber es kam glaube ich kein Patch mehr, funktioniert die Schnittstelle nicht. Die Leute laufen da nicht runter. Hat mir jemand auf jeden Fall berichtet und ich hatte es auch beobachtet, dass da keiner runterläuft. Das heißt, die Schnittstelle glaube ich, funktioniert noch nicht so richtig. Deswegen würde ich das glaube ich nicht machen. Das macht glaube ich wenig Sinn und würde die tatsächlich hier mit reinnehmen. So ein bisschen mittendrin. Was geht das mit dem Bulldozer wieder? Ach. Genau, wir machen die dann hier unterirdisch. Machen die dann hier an dieser Stelle. Zack. Das sieht ja einigermaßen gut aus. Das heißt, wir wären hier vom Winkel her in diese Richtung unterwegs, würden hier in den Bogen gehen und wären dann hier irgendwo. Das heißt, hier wäre eigentlich eine ganz gute Idee für eine U-Bahn-Station. An dieser Stelle oder wollen wir von hier aus. Ich muss immer gucken, wie wir das da verbauen. Ja, wäre hier tatsächlich schon eine sehr, sehr gute Stelle und dann müssen wir hier hin. Wäre das cool. Machen wir hier eine Brücke rüber. Wäre cool. Check. Machen wir so. Das war ein bisschen neben der Spur, aber wir machen das mal hier rein. So, gehen hier weiter. Hätte halt, gut, da haben wir dann einen Weg rüber. Dann müssen wir von hier aus hier rum gehen. Und dann hier rein. Es ist halt eine sehr, sehr kurvige U-Bahn-Station. Hier hoch, hier hoch. Dann gehen wir hier runter. Sind dann hier. Könnten dann hier eine weitere Haltestelle hinmachen. Das wäre ja ziemlich easy hier. Na, und sonst so. Was wird hier so gemacht? So viel brauche ich gar nicht wegmachen. So, wir haben hier dann nochmal eine U-Bahn-Station. Hier drüben machen wir keine, haben wir gesagt. Dann gehen wir hier hin. Und schließen uns hier an. So, jetzt sind wir hier mal durchgegangen durch die Bereiche. Und schauen mal, ob das vielleicht was werden könnte oder ob das die absolute Katastrophe wird. Also, im Nachhinein finde ich es halt immer schwierig, wenn man von Anfang an so die U-Bahn... Wo ist die denn? Hallo? Ach, hier oben. Wenn man die U-Bahn halt so richtig mit einplant, ist das eine gute Sache. Finde ich. Finde ich. Aber, so wie ich das mache im Nachhinein, ist das für dich immer wieder eine große Herausforderung. Sehr, sehr große Herausforderung. So, im Endeffekt sehen wir es ja am Ende des Tages nicht. Das ist ein schwieriger Bogen jetzt hier. Ich würde gerne hier so ein Stückchen durch. Von der Seite dann hier eben Richtung U-Bahn-Station. Das geht wieder nicht. Wir sind zu... Okay. Wir schauen mal, wir müssen nämlich hier... Das wird das Schwierige, müssen wir nämlich runtergehen. Das schließt nicht an. Nein, ich muss niesen. Oh nein. Entschuldigung. Das tut mir sehr leuchtet. Ich fährt das wahrscheinlich vergessen, wieder rauszuschneiden. Ich kenne mich doch. Deswegen entschuldige ich mich einfach dafür. Komm, aber warum manchmal plötzlich... Komme ich jetzt da vielleicht mal hin? Soll ich auf minus 30, oder? Nein. Muss höher gehen. Auch nicht. Ich hatte hier schon einen Anschluss. Ah ja. Haben wir ihn? Auch wieder angeschlossen. Manchmal ist das ein bisschen schwieriger. Huch. Okay, ist beides angeschlossen, ne? Hammer. Okay. Dann gehen wir hier weiter. Dann gehen wir hier nach oben. Warte mal, wo sind wir denn? Hallo, da. Wir haben halt einfach noch nicht wirklich die Stadt. Die ist jetzt... Die hat schon eine gewisse Größe. Auf jeden Fall. Aber so im Großen und Ganzen... Oh nö, jetzt geht das wieder los mit der Straße hier. Aus dem Ganzen sind wir noch nicht so weit, ne? Macht das auf jeden Fall, dass wir da auf 20 wieder hochgehen. Das wird, glaube ich, eines der schwierigen. Das heißt, die haben auf jeden Fall hier Spaß mit Kurven. Aber so wirklich gerade verlaufen und das im Ring, merkt ihr, dass das auf jeden Fall nicht ganz so einfach gewesen wäre. Okay, wir verlaufen jetzt hier durch, machen hier den Bogen, gehen hier rüber und haben dann die Industrie noch angeschlossen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das Ganze angenommen wird. Bin echt mal sehr, sehr gespannt, wie das alles... ...äh... ...da angeschlossen wird. Guck mal, das Stück ist nämlich sehr, sehr weit entfernt. Dafür sind die ein bisschen näher. Okay, da laufen jetzt schon viele Leute rum. Das könnte, glaube ich, eine ganz gute Stelle gewesen sein. Äh... Ach, hier drüben. Die verlängern wir dann einfach. Mal gucken. Dann haben die auf jeden Fall schon mal die U-Bahn. Die guten. Vielleicht das Depot noch anschließen, fällt mir gerade auf. Na gut, ich mache also erstmal die Linie kurz fertig. Dann haben wir das. So, und die meckert jetzt natürlich, was verständlich ist. Okay, das ist halt schon ein weiter Weg vom Depot her. Aber wir gehen einfach hier unter. Das ist halt die Frage. Gehen wir hier drunter durch? Ja, wir machen das. So, wir gehen erstmal hier hoch. Dann würde ich gerne mit dir hier... Ach, das sind alles einspurige Sachen. Das ist die zwei Spurige. Das ist das Hauptgleis, würde ich mal sagen. So, wir gehen mal hier runter. Wir gehen hier einfach voll durch. Und die drehen ja auch um, aber wir machen trotzdem in beide Richtungen den Anschluss. Würde ich mal sagen, starten die jetzt hier schon? Oder muss ich jetzt auch noch anfangen, die anderen einspurigen Gleise zu bauen? Das Ungünstige hierbei ist, dass die halt alle eben einspurig sind. Also hier alles Einbahnstraßen sind. Einbahn-U-Bahn-Gleise sind. Deswegen habe ich keine Ahnung, wie ich das eben anschließen soll. Ein Zug hat man ja immer noch die Auswahl, dass man so ein beidseitiges Gleis macht. Das ist jetzt hier natürlich wahrscheinlich nicht so möglich. Geht das nicht? Doch, würde ich sagen. Keine Ahnung, also... Boah, das will nicht, wie viele die da rausfahren. Ich muss mal gucken, wie ich das noch anschließe. Bis jetzt bin ich nicht so zufrieden. Vor allem kommt, glaube ich, keiner rein zu. Müsste die unterschiedlich anschließen. Das wäre halt die Möglichkeit. Wir lassen erst mal die U-Bahn hier raus, bevor wir das wieder anfangen abzureißen. Kommen sie. Kommen sie, können sie. Los. Wir haben es eilig. Muss mal ganz kurz gucken. Hier will ich rein. Ich würde gerne von der Farbe... Moment. Drücke aber immer auf die falschen Sachen. Ich würde gerne... Machen wir das blau. Komm, die sind jetzt blau. 13 Kilometer ist hier lang. Ja, guck mal. Für eine U-Bahn ist das ja nichts, ne? So. Dann würde ich das nochmal ganz gern alles abreißen und anders machen. Und zwar würde ich... Weil die müssen ja auch wieder ins Depot zurück. Das ist der Punkt. Die müssen ja irgendwie wieder ins Depot zurückkommen. Wenn ich das so mache... Könnte das gehen, ne? Bringt mir nur nichts. Wieder mal. Wie kriege ich die anderen Sachen angeschlossen? Das ist so mein großes Problem. Wir machen es anders. Falsch rum. Richtig. Machen das so. Machen das hier so. Ach, ich habe keine Ahnung, wirklich. Ich das machen soll ich... Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, dass man halt in beide Richtungen da irgendwie rein und rauskommt. Müssten die irgendwie regeln. Das Zugdepot ist da doch für mich ein bisschen einfacher zum Anschließen als das hier. Aber naja, gut. Das passt ja auch. Das können wir ja nochmal irgendwie ein bisschen abändern. Wenn wir das möchten. So. Warte mal. Wir machen das dann so. Ach gut. Dann sieht das auch nett aus. Dann kann die U-Bahn hier losfahren. Das passt doch ganz gut. Wir sind wieder alle auf einmal aufgeploppt. Habt ihr das gesehen? Auf einmal sind alle wieder und brauchen dann einen Leichenwagen. Ja, ja. So läuft das hier. Oh Gott, das will. Ähm. Meine Güte. Gott. Na ja, man kann, also das sind echt wahnsinnige Unfälle, die wir hier in der Stadt haben. Also hier haben wir die U-Bahn. Aber da geht einiges natürlich hin. Hier haben wir den Weg. Das passt ja auch. Und der Weg, der verbindet dann eben hier den Bahnhof. Im Endeffekt ist das schon mal gar nicht schlecht automatisch angebunden. Also eine richtig gute Stelle. Jetzt würde ich gerne hier an dieser Stelle nochmal mit einer Brücke, also mit einem Weg darüber gehen. Boah, sind da viele Leute. Wollen die auch da alle hin? Ich glaube, die U-Bahn könnte ganz gut laufen, wenn ich mir das so betrachte. Dürfen da Hunde mitfahren in der U-Bahn? Ja, gell. Wollte nicht so geil für die Hunde, aber ich glaube, die dürfen da mitfahren, oder? Machen die das? Oder warten die Hunde jetzt hier? Ah ne, komm, die freuen sich. Yay, U-Bahn. Juhu. Geil, lass uns mal in den stinkenden Keller da runter gehen. Dann gibt's bestimmt was zu essen. Perfekt. Gut, dann haben die das. Wahnsinnig, was hier an Leuten da reinmarschiert. Wie gesagt, also das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das würde ich gerne hier. Ich würde einfach mal gerne was sehen, muss ich zugeben. Also, ich würde. Machen das. Nein, nicht richtig. Machen das so. Ideedim. Wir gehen hier auf die 3,5. Da hält man diese Mauer dahinter. Das ist ja voll geil. Würde ich von hier einfach hier wieder runter gehen. Zack. Wir gehen mal wieder auf die 3,5. Gehen hier in den Snap. Gehen hier nicht in den Snap. Und dann wandern wir hier auf die 7,5. Woher sind wir? Oh ja. Das passt doch. Gehen hier rüber. Wo will ich anschließen? Im Endeffekt müssen wir hier über die Straße noch drüber. Würde gehen allerdings. Ja, cool. Machen wir das so. Machen das hier auf die Weise. Sind wir hier jetzt in einer Steigung? Ja, 5, irgendwas. War klar. 4,6. Naja, gut. Machen wir es so. Gehen dann hier einfach dann nach unten. Ziehen das noch ein bisschen länger, damit der Winkel etwas sanfter wird. Machen das hier so. Und so. Manche Anschlüsse sehen halt einfach nicht so schön aus. Das heißt, der geht hier dann wieder ein bisschen nach oben. Das ist aber auch okay. Das sieht ja auch ganz wild aus. Und dann können wir hier im Endeffekt dann auch mit den... Guck mal, das kann man so lassen. Können wir hier mit den Bäumen das Ganze ein bisschen ausfüllen. Ich weiß nicht, ob ich neben die U-Bahn-Station, ob wir da noch hingehen sollen. Vielleicht. Und ein paar Parkplätze bauen. Verlegt gerade, würde das gut aussehen. Hier vorne. Warte mal, wie sieht das aus? Sehr schräg. Ich finde das mit den Mauerteilen sehr schön. Hier vorne. Auch nicht unbedingt. Hier im Krankenhaus haben wir ja welche. Ja. Wir müssen eh hier in die Bezirke. Müssten wir mal langsam reingehen, dass sie halt die Parkuhren... Die Parkuhren mit reinbringen. Wie sieht denn das aus? Ja, ist okay tatsächlich. Ist nicht so weit aufgeschüttet. Passt. Man könnte jetzt hier zum Beispiel in die Bezirke hier, in den großen Bezirk. Da haben wir sogar schon am Straßenrand die Parkuhren, damit die die Parkplätze auch benutzen und nicht überall sich hinstellen. Aber die suchen halt dann weitestgehend immer den freien Platz. Ein bisschen ungünstig. Guck mal, das ist jetzt mittlerweile frei. Das ist sehr gut. Was haben wir hier? Na, hier mache ich das noch nicht. Hier hat es halt Sinn ergeben. Hier würde ich sagen, können wir das mal lassen, dass die halt hier, weil das sind ja Wohngebiete, sie da halt wirklich kostenfrei parken können. So gierig bin ich jetzt auch wieder nicht, ne? So gierig bin ich jetzt auch wieder nicht. Ne, ne. Ach, jetzt ist er aufgeschüttet. Hä, der war doch gerade noch nicht so. Och Mann. War doch gerade noch nicht so. Was bist du denn jetzt so? Na, wird's schwierig. Ah, die Ecke kriege ich nicht weg. Ja, es ist aber okay, sag ich jetzt mal. Ich mache hier einfach noch ein Bäumchen hin, als Verduschung. Dann sieht man das hoffentlich nicht mehr. Ja, aber der Parkplatz fände ich schon ganz sinnvoll hier. Die Ampel hier, wir haben so viele Sachen gebaut und haben nicht immer die Ampeln weggenommen. Man merkt das. Manchmal gehe ich ein bisschen hinterher. Ich habe auch hier die Doppelzebrascheine. Guck mal, das ist ein Kronlaufen hier. Die Doppelzebrastreifen, so, die brauchen wir hier auf jeden Fall nicht. Ja, doch, hier lasse ich es mal, damit die hier rüberkommen. So, bin ich mal gespannt. Also hier, wow, das ist ja Wahnsinn. Direkt schon ein Verbrechen, das war ja sowas. Wartende Passagiere, 68. Ich glaube, die U-Bahn könnte ziemlich einschlagen. Wow. Ja gut, wir haben halt wirklich so verschiedene Bereiche. Es gehört alles so ein bisschen zusammen, aber wir haben hier natürlich auch immer wieder so große Straßen als Trennung mit drin. Ich glaube, die könnte auch richtig, richtig gut laufen hier. Ach, du große Nummer. Oh Gott. Ja. Tschüss, Friends. War schön mit euch, euch kennengelernt zu haben. Vielleicht kommt ihr irgendwann wieder. Ei, 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 ei. Das ist hier natürlich eine Stelle. Die ist ja ganz, ganz wild. Ui, 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 Hilfe. Hilfe. Oh Mann, sind die, krass. Also die Wege hier und so weiter, das wird ja richtig verwendet. Cool. Gefällt mir richtig gut. Das ist eine schöne Stelle hier. Wow. Nö, also die U-Bahn, die funktionieren ja schon mal gut. Ich probiere mal hier. Nochmal ein paar Sachen. hinzustellen. Hier in dem Parkplatz sehe ich doch direkt. Machen hier ein richtig schönes Eck raus. Ah, freue ich mich drauf. Ach, U-Bahn ist schon was Schönes. Ich weiß gar nicht, warum ich mich so auf U-Bahn freue, aber ich finde U-Bahn toll. So, Helikopter. Pst. Das ist ja super ärgerlich. Wird man ja auch wieder nicht hinkriegen. Machen wir den hier hin. Immerhin für den reicht es, ne? Hier noch so einen kleinen Parkplatz. Dann könnte man nämlich hier hingehen. Nehmen dann hier. Hier sind die grünen Streifen, machen die Parkplätze hier weg. Gehen hier einfach als grünen Streifen mal durch. Ein Stückchen. Was soll machen? Falsch. Richtig. Alles so. Machen hier dann auch die Ampel weg. Boah, dieses Helikopter. Entschuldigung. Hier wollen sich Leute unterhalten. Was war denn? Meine Güte. Einfach nur unhöflich. Dann haben wir hier auf jeden Fall eine schöne, schöne Anschlussstelle. Ich glaube, die wird nicht so verwendet werden, gehe ich von aus. Absolut nicht geirrt. Wirklich absolut nicht geirrt. Wir geben denen dann hier nochmal so eine kleine Abkürzung mit rein. Dass die hier dann auch so durchkommen. Machen hier natürlich auch nochmal so Bäumchen und Blümchen rein. Ach, das ist das Haus wieder, wo falsch rum platziert ist. Habe man letztes Mal schon gesehen. Das würde ich gerne hier nochmal schauen, weil da ist ja auch mittendrin. Hier hast du dann einfach gar nichts, was los ist. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen, die U-Bahn, die könnte richtig gut ankommen. Alles, was von der Straße runter ist, ist gut. Nicht wegen Verkehrschaos, muss ich zugeben. Sondern einfach, glaube ich, dadurch, dass wir hier meistens den Verkehr gerendert haben, aber die Passanten hier, die unterwegs sind, erst sehr, sehr nah gerendert werden, können wir uns da, glaube ich, ein bisschen was sparen. Wenn wir dann ein bisschen weniger von den Leuten hier auf den Straßen haben. Genau, und was ist hier hinten? Wie sieht das hier aus? Hier ist nicht so viel dann. Okay. Das heißt, wir waren an jeder einzelnen U-Bahn-Station mal. Und haben mal geschaut, was zur Sache ist. Also da gibt es ja wirklich einige, die laufen ja richtig, richtig gut. Gut, die hier ist dann schon sehr traurig. Aber gut, es gibt immer eine, die nicht läuft, ne? Es gibt immer eine, die nicht läuft. Das ist so klar gewesen wieder. Aber es wird ja hier auch ein bisschen größer. Obwohl man eigentlich sagen muss, dass die schon... Ah, ist das sehr zentral, nehme ich, glaube ich, zurück. Wir müssen hier, wenn wir hier weiterbauen, das werden wir ja, dann wird es vielleicht mal ein bisschen. Aber die ist halt sehr zentral. Äh, nicht sehr zentral. Ja, obwohl, aber es ist trotzdem einiges los hier. Mega. Gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Können uns mal die U-Bahn-Linie anschauen. Was hier unter... Oh, oh, schon. Interessant, die Straßenbahn ist ja richtig durch die Däcke gegangen. Äh, U-Bahn. Ja, also wirklich. Also 11% ist jetzt nicht viel von der Nutzung her. Aber ich glaube, dass hier wirklich was... ...unterwegs ist. Ah. Das sind 180. Das ist auch wieder eine Haltestelle. Das ist... Das ist nicht mal der Bahnhof. Was ist das? Was sind wir denn hier? Ach, du bist das? Echt jetzt? Dann bist du die andere Seite. Wissen wir. Das ist hier dann... Das ist hier dann ganz oben. Die Industrie. Ja, stimmt. Da ist ja... Ist ja Ende. Das ist hier. Das sind die zwei Haltestellen. Ja, gar nicht. Aber doch. 23, 8. Ja, wir werden mal gucken. Wie sie das nutzen. Aber durch den Weg... Das sind deutlich mehr. Durch den Weg, der hier rüber noch geht. Glaube ich schon, dass da ein bisschen was... Die laufen ja hier doch schon weite Strecken, um auch zu Fuß irgendwo hinzukommen. Also das habe ich... Das ist mir schon sehr aufgefallen. Die laufen auch sehr, sehr weite Strecken. Damit das alles passt. Na? Damit die da nicht die ganze Zeit mit den Autos unterwegs sein müssen. Oh, der Baum, das sieht ja interessant aus. Wir nennen es mal interessant. Ach, der Busch meine ich nicht, der Baum. Wir nennen es mal interessant. So. Das sieht gut aus. Hier auf dem Parkplatz, da geht es ja auch langsam los. Wie gesagt, das ist halt auch ein weiter Weg von der anderen Seite im Endeffekt. Aber das geht nicht anders. Könnte ich hier nochmal einen Weg drüber bauen. Für die Universität. Können wir machen? Ja, können wir machen. Machen wir. Müssen hier auf 7,5. Dann kommen wir hier drüber. Hoffe ich auf jeden Fall, dass es hier auch geht. Machen auch hier wieder einen gebogenen Weg. Müssen wir so drüber gehen. Oder halt auch nicht. Dann machen wir das so, dass wir hier wieder durchgehen. Zack. Ah, Wege zu platzieren macht halt einfach auch so viel Spaß, wie auch schon im letzten Teil. Dieser Wuselfaktor und so weiter hat schon was. Auch wenn er viel Leistung kostet. Vor allem wenn man bedenkt, mit wie vielen Polygonen die Herrschaften ausgestattet sind. Aber trotzdem finde ich es ganz schön, den Wuselfaktor zu haben. Es muss nicht so abwechslungsreich sein, aus meiner Sicht. Also so detailliert müssten die jetzt nicht sein, die kleinen Sims. Aber was sie da sind, ist auf jeden Fall schon ganz schön. Ja, das gefällt mir doch. Nun gut, dann haben wir die U-Bahn mit reingebracht. Mit vollem Erfolg. Ich finde, dass unsere öffentlichen Verkehrsmittel ganz gut laufen. Wir werden das natürlich weiter optimieren. Aber auch die zweite Straßenbahn, die ja momentan da ein bisschen bei Downtown unterwegs ist. Oder Mini-Downtown. Die werden wir sehr gerne taufen, weil das ist noch ein bisschen klein. Die läuft ja auch mittlerweile sehr, sehr gut. Also es sind einige Leute unterwegs. Und ich muss sagen, die U-Bahn-Linie, die hier, die ist ja wirklich eingeschlagen. Und das werden ja natürlich auch noch mehr und mehr, denke ich mal. Auch bis zum nächsten Mal werden wir da wahrscheinlich noch mal ein paar Leute mit dazu bekommen. Bin mal gespannt, wie sich das Ganze einpendelt. Aber das könnte ziemlich erfolgreich werden, die ganze Geschichte. Sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, schade dich oberirdisch. Ich hätte es gerne oberirdisch gebaut. Aber ja, im Nachhinein, das hier so reinzufriemeln, wäre schwierig. Vielleicht planen wir das mal hier irgendwo. Ja, das mal wenn wir weiterbauen, dass wir dann vielleicht oberirdisch gehen oder so. Kam mir gerade so als Idee. Müssen wir mal schauen, wo das vielleicht auch ein bisschen passend wäre. In dem Sinne, wir sind auf jeden Fall hier am Ende angekommen. Es war mir ein Fest. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der heutigen Folge. Vergesst bitte die Bewertung nicht. Abonniert gerne auch den Kanal, ist kostenlos. Und dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es weitergeht, hier in Cities Skylines 2. Macht's gut, bis dann. Haut rein und ciao.